Ja, wie cool wäre es, wenn du einfach unterwegs eine Sprachnachricht aufnehmen könntest, das in Dropbox stellen könntest und irgendwo im Hintergrund würde irgendwas, ein Geist für dich ein bisschen recherchieren, das in eine Struktur bringen und einen Blogartikel auf deiner Website einstellen im Entwurfsmodus, damit du das noch überprüfen kannst, ein Bild dazu generieren und auch deine Call-to-Action einbauen in den Blogpost, den WordPress-Blogpost oder welches System du auch immer verwendest, schön taggen mit den Tags, die du wirklich verwendest in deinem CMS und auch diesen Artikel in die relevanten Kategorien reinstellt. Ja, idealerweise auch noch verlinkt zu den relevanten, wichtigen Seiten deiner Website und das während du noch unterwegs bist auf deinem Spaziergang. Well, you are here in the right place. Wir haben, also ich habe jetzt diese Automation so weit, so gut vorbereitet, das wird dann auch bei Sam's Nuggets mit dabei sein in diesem kleinen, günstigen Paket, das du über den Link unter diesem Video dir zugute führen kannst. Das wird dort drin sein mit ein paar Notizen auch zur Installation. Du kannst es herunterladen, direkt über diese drei Punkte hier, Import-Blueprint bei dir, einbauen in deinem Make-Account und deine Dienste verbinden, die Prompts ein bisschen an deine Situation anpassen und dann loslegen mit dieser Content-Maschine. Also unterwegs spazieren gehen und Ideen generieren. Das schnell reinschwatzen, 40 Sekunden. Audiofile in Dropbox ablegen und die ganze Geschichte wird daraus Blogartikel machen für dich. How cool is that? Gib mir einen Daumen hoch, wenn du solche Automationen auch so cool findest wie ich. Jetzt, heute gehe ich noch nicht jetzt Schritt für Schritt durch diese Automation hindurch. Dafür, ja, abonniere diesen Kanal und es kommt noch ein Video da mit. Ist ein bisschen eine längere Automation. Grundsätzlich hier kommt das Audiofile rein bei Dropbox. Dann holt man die Liste der Tags aus deinem WordPress. Das sind die drei Module. Dann die Liste der Kategorien aus deinem WordPress. Das sind die drei Module. Dann haben wir hier ein Modul, das sehr simpel das Audiofile nimmt, die Sprachnachricht und einfach nur die Transkription holt. Dann dieses Modul ist sehr, sehr ausgebaut. Dieses Modul bereitet den ganzen Blogartikel vor, recherchiert auch ein bisschen mehr und erweitert ihn und bereitet das Ganze inhaltlich mit den relevanten Tags, mit den relevanten Kategorien auf für die Weiterverwendung hier hinten. Da wird ein Bild dafür generiert, das dann geholten, bei WordPress hochgeladen und dann wird ein Artikel in WordPress erstellt. Und dann auch noch die Meta-Beschreibung ausgefüllt im Yoast SEO-Plugin für bessere Auffindbarkeit in Google. So läuft diese Automation ab. Wenn du Interesse hast daran, dann kommentiere unten oder schau dann auch das Sam's Nuggets an. Dort wird es dann bald drin sein. Vielleicht ist es schon drin, by the time you see this video. So etwas im Hintergrund zu haben, macht einfach Spass. Ich habe das jetzt mit zwei, drei Blogartikeln ausgetestet, nicht alle veröffentlicht. Aber das macht einfach Spass. Ich kann ein Audio-File einfach so verarbeiten. Du kannst natürlich in der Ideenfindung hier vorne natürlich auch in Eigenregie ChatGPT einsetzen, um eine Übersicht zu machen oder eine Zusammenfassung von etwas, das du nachher liest, in die Sprachnotiz rein und diese Automation hindurchläuft. Wichtig ist dann auch noch, ich habe eine zweite Automation. Wenn dieser Blogartikel dann wirklich veröffentlicht wird, in meinem Fall jetzt gehen sie zuerst in den Entwurfsmodus, damit ich sie überarbeiten kann, dann, wenn sie gut sind, stelle ich sie online. Dann kommt eine zweite Automation ins Spiel, eine ganz kleine zweite Automation. WordPress Blog Post to Google. Und ja, wenn du einen neuen Blogartikel schreibst und veröffentlichst, dann musst du ja auch Google mitteilen, dass das jetzt da ist. Und das geschieht normalerweise über Google Search Console. Oder vielleicht hast du irgendein Tool, das das automatisch für dich macht. Kostet vielleicht viel, aber hier, diese kleine Automation ist super günstig. Das schaut einfach, in meinem Fall jetzt immer um 20 nach 6, ob ein neuer WordPress Blog Post erschienen ist. Und geht dann hier über die Google Indexing-Schnittstelle und reicht den Artikel ein. So simpel ist das. Das heisst, egal über welchen Weg jetzt ich Blogartikel schreibe, auch wenn ich sie händisch von A bis Z schreibe, diese Automation kommt abends um 18.20 Uhr und reicht sie zur Indexierung bei Google ein. How cool is that? Mehr Details dazu dann in Sam's Nuggets und in weiteren Videos. See you soon. Bye bye.